vor ca. einer woche habe ich ein video gehabt mit dem titel markt und die sensoren mit dem video in dem video geht es darum was das gesetz von heiko maz überhaupt genau ist heute in diesem video möchte ich gerne mit euch reden wie man dieses zensurpaket so nenne ich das mindestens überlasten kann so dass es auseinander bricht so dass sie überläuft was meine ich genau damit und zwar ja zurück zum thema dieses zensur gesetz ist ja in die jeden fall so dass jede einzelne gemeldete fake news also fake nachrichten oder hetze oder so überprüft werden muss von der amadeus stiftung da und dann muss es noch fürs gericht getestet also überprüft werden ob es ist ob es sich wirklich um hits kaputt die man hier handelt dementsprechend wieder denjenigen eine anzeige also wird dann zur anzeige gebracht und derjenige muss sich dann für verantworten dafür beziehungsweise kommt er in den knast oder er kriegt halt eine geldstrafe nachdem wie die gesetzeslage es dann zulässt und jetzt habe ich mir mal ein paar gedanken gemacht wie man dieses zensurpaket also gesetz übergehen kann also überlasten kann es ist ja so dass ja wirklich jeder einzelner fall geprüft werden muss und wie hagen krell das schon in seinem video angedeutet hat möchte ich das gerne direkt sagen und auch bitten wenn das gesetz 2018 in kraft tritt dass jeder patriot jeder konservativer rechter oder rechter oder in dem fall auch recht extremer obwohl euch braucht man dazu nicht es reicht eigentlich nur die patrioten konservativen und rechten oder reichsbürger denn linke hitze gegenüber deutsche oder linke gruppe kanter zu melden denn man muss sich vorstellen wenn jeder einzelner von euch da draußen jeder einzelner pro tag sagen wir machen wir mal eine zahl fest drei oder zwei linke provokante dann wird es die mainstream meinung wird dann derartig dieses system überlasten weil dann so viele anträge eingehen dass die mitarbeiter oder facebook und die anderen sozialen medien das gar nicht mehr überprüfen können oder einfach weiterleiten wer sind dafür verantwortlich und muss das überprüfen genau diese amadeus stiftung doch da die nie im leben so viele angestellt haben wird um dieses um diese ganze masse zu kontrollieren wird es einfach durchgerunken und dann einfach per ansiege gebracht und da unser justizsystem sowieso schon überlastet ist also 50 prozent der überlastung rechten ich jetzt mal den flüchtigen auch an der die mehr straftaten in deutschland beüben obwohl das system auch schon vor der flüchtlingsfälle überlastet war deswegen dauert es diese verfahren ja auch immer ein bis zwei jahre bis es wirklich so gerett verhandlung kommt werden die dann irgendwann das nicht mehr schaffen das zu überprüfen und dann einfach das system überlastet und das bricht dann in sie zusammen aber das ist nicht nur der eine gedanke also die werden wege suchen maas und der medius stiftung die interpretierten parteien und so weiter wie man diese massen bändigen kann wie es hier doch ist natürlich die sind ja auch nicht doof die werden sich auch darüber gedanken machen und es ist ja schon die rede nach einem algorithmus der dies schon aussortiert und dann auch wenn die so einen algorithmus machen würden in den sozialen netzwerden und das schon allein dieser algorithmus das dann auswerten kann ob das jetzt hetze ist oder freie meinung äußerung oder ob das dem politischen mainstream entspricht bzw. politisch korrekt ist auch wenn die so einen algorithmus entwickeln würden und dann einsetzen würden selbst dann wird mit zwei drei nachrichten am tag beziehungsweise die dann gemeldet werden wird es dann trotzdem zu viel mit diesem algorithmus es schafft kein algorithmus so viele Sachen so viele meldungen zu bearbeiten auch das wird irgendwann überlastet dann bleibt ihnen nichts anderes üblich als dieses gesetz wieder zu erlassen oder halt höhere strafen aber mit höheren strafen also höheren strafen würden die sich selbst ans bein selbst ans bein winkeln weil die eben dann damit auch den normalen bürger mit bestrafen den linken bürger wir brauchen uns das auch nicht schön zu reden dass irgendeiner von diesen linkern oder kommunistischen hetzer jemals verurteilt wird die amadeus stiftung ist ja bekannt für ihre linke gesinnung und die zusammenarbeit mit der antifa von daher wird da nichts passieren es geht nur einzig und allein darum dieses system zum zusammenbruch zu bringen was bringt es jetzt uns patrioten uns konservativrechten uns liberalen reichsbürger oder wie auch immer man uns nennen will es bringt folgendes es ist ein sieg für die demokratie für die meinungsfreiheit und ein klares zeichen dafür dass nicht nur einzelne kleine spinner so wie wir das dargestellt werden sondern auch normale bürger mit einem gesunden menschenverstand wie ich wie heiko gar nicht heiko marx sondern und zimtliche antropatrioten zeigen und ferke zeigen und man sieht dann wenn das überlastet ist dass dieses system dass die eigentlichen die das volk unterdrücken in der menschenheit sind und so ein klares zeichen kann man nicht äh kann man nicht anders bewirken als so ein effektives zeichen wenn man das schafft es zusammenzubrechen zu lassen also von daher bin ich ehrlich gesagt ich freue mich auf dieses gesetz sehr sogar weil das gibt für uns patrioten wirklich die chance endlich mal richtig etwas zu bewirken und zu zeigen hier die meisten der bevölkerung tickt nicht so wie die interpretierten parteien sondern dass die in der minderheit sind und die mit ihrer kommunistischen also kommunistischen regierung die ja immer mehr links kommunistisch wird was die Freiheit angeht einfach nur Schrott ist und dass die einfach keine machtberechtigung mehr haben und vom volk auch keine unterstützung mehr haben ich wende mich an dieses video natürlich nicht nur an die patrioten oder wie ihr euch sonst nennen würdet sondern ich wende mich auch an die einzelnen bürger denn denen betrifft sich das zensurgesetz ebenfalls so auch einfache bürger die nicht in der partei sind die nicht politisch engagiert sind die aber wenn ihr euch etwas hinschreiben was dann der regierung nicht passt dieses wird auch zensiert und könnte für euch dann negative folgen haben um dies zu verhindern tut bitte mainstream meinungen melden damit dieses system also dieses zensur gesetzt dann ja zunichte gemacht wird in diesem zusammenhang verabschiede ich mich dann mal und ich wünsche euch eine angenehme woche und ja bleibt konservativ